Herzlich willkommen meine Damen und Herren bei einem weiteren Video der Bagger2Go GmbH. Heute möchte ich euch nochmal die separate Szene vorstellen, wo wir hier mit unserem Kata CT10 eine 340 Kilo Baumarktsrüttelplatte anheben und durch die Gegend fahren. Der Bagger wiegt leer 920 Kilo und die Rüttelplatte hat 340 Kilo Eigengewicht. Jetzt kommen wir hier zum spannenden Teil. Wir lassen hier vorne auch natürlich einmal das Planierschild vom Bagger runter und zeigen euch jetzt wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, der Bagger, unser Kata CT10 hat leer 920 Kilo und die Rüttelplatte vom Baumarktsrüttelplatte hat 340 Kilo. So sieht das Ganze jetzt aus. Man kann problemlos den Arm komplett ausstrecken und die ganzen 340 Kilo anheben. Sprich, wenn man jetzt das Ganze auf den Anhänger verladen möchte, ist unser CT10-Minibagger eine sehr, sehr große Hilfe. Man kann problemlos Gewichte, Steine setzen oder Material in den Anhänger verladen. Jetzt kommen wir zur nächsten spannenden Sache. Das Schild haben wir jetzt weggemacht. Die Baumarktsrüttelplatte hängt leicht über den Boden. Und jetzt wollen wir mal testen, ob wir auch die 340 Kilo angehoben durch die Gegend fahren können. Denn, sprich, ihr wollt jetzt L-Steine transportieren oder tatsächlich eine Rüttelplatte, die so schwer ist, wie ihr sehen könnt, stellt das alles auch kein Problem dar. 340 Kilo nach vorne und das Ganze auch wieder zurück. Wie gesagt, im angehobenen Zustand, nicht schlechter auf den Boden. Alles gar kein Problem. Unser CT10 ist wirklich ein sehr, sehr starker und robuster Bagger. So sieht das Ganze jetzt momentan. Von außen aus, also Gewichte heben mit unserem Mini-Bagger. Ein wirklich sehr, sehr klein, großer Helfer auf der Baustelle. Hier gehen wir nochmal ran an die Rüttelplatte. Wie gesagt, originales Typenschild mit 340 Kilogramm, die da jetzt einfach so mal dran heben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da und weitere Videos werden folgen. Bleibt gesund und bis dahin.